Einen wunderschönen guten Tag und Willkommen zu einer neuen Folge Counter-Strike mit dabei ist wieder mal War Machine Sieg heilen Ja, wir können niemandem strikt werden Das steht keine Rolle Hinten, der kommt von hinten, von hinten, vom Spawn Ja Knapp Ich hab ne SD 553 Ich auch Wollte ich aber gar nicht, wollte ne andere Waffe eigentlich Achtung Der ist On-Spot und Snap hat Der ist On-Spot und Snap hat Schön So ist, zieht man Lappen Ich hab jetzt noch ne Köder für die nächste Runde Ja, ich hab hier gerade geworfen Ich hab die 5-7 Pass auf, falls er wieder On-Spot steht Ja, der steht wieder On-Spot Hat er dich, oder was? Ich finde irgendwie, wenn ich gewinne, macht es viel mehr Spaß zuzuschauen Ja, zumindest zu spielen Nein, doch Aber es macht mir auch viel mehr Spaß auf mein OBS-Fenster zu schauen Ich push rein Achtung Ich hab, ich hab den Bui Weil ich erst gerade noch nebenbei Salzstangen Ich glaub, wenn wir jetzt nochmal hier gehen, wird's gefährlich Nein, bitch, ne Geh mal weg Danke Doch, genau deshalb Der hat, der hat, äh, Auto-Sniper Auge Ich würde einfach gegen die sind Lappen Das ist mein Vorschlag Ah ja Wieso geht eigentlich der Boy mit der Bombe long? Nein Ich bin tot Der, äh, der steht drinnen mit der Afe Hast du gesehen, wo der war? Der hat eben aus dem Tunnel gepiekt Aber ich glaube nicht, dass er da wieder ist Schau mal rechts hinter dem, Dings, unter dem Holzscheiß Da Nein Das andere rechts Plant mal Du musst planten Schnell Achtung Sehr schön Köder Double Köder Okay, jetzt können wir ja nur gewinnen Die Runde wird easy Plant Ich schmeiß Molle, okay Der ist da Fuck Ja, wahrscheinlich Wie sind's beide Wohltagen Der Wunder wird easy Lass mich mal besser spielen Sollten wir jetzt schon ernst spielen? Kann mir nix zu leisten deswegen Was darf nicht nochmal vorkommen Wenn wir gegen solche Noobs verlieren Kann man gleich einpacken Ach so genau, Junge Ja, hast du gesehen, wie ich auf den drauf geeignet habe? Jetzt könnten wir mal anfangen, richtig zu spielen Wir nehmen beide MPs Und pushen komplett links rum Was stehst du eigentlich unter links? Eine Minute, 37 Sekunden später Einer ist hier, hab ich Achtung, zweiter Wunder Ja, genau, da Alter, der war ja low as fuck Könnt man sagen, jetzt kriegst du richtig Rinnen in der Ölge? Nein Wir können immer Rennen lunzen Ich hab ne Köder Ich hab ne Rauch Wozu auch immer ich ne Rauch brauche als Counter Doch Gut Geh rechts rum Ich push mit Ersten down Deft den Tunnel Achtung, ich spring rum Ich bin so ein bisschen tot Achtung, links Oh, ich hätte besser zielen müssen Das war jetzt richtig heftiges Versagen Das war peinlich Ich hab meinen Finger irgendwie nicht mehr von der Maus bekommen Ah ja Warte mal Ali Blind rein, einer ist Tunnel Beide sind Tunnel Die haben ne Die haben einer Sind sie sprachbehindert? Ich hole diese Ich glaub der andere hat ne Autosniper Ah, leider ist er Auf, du spielst zu offensiv Ok, gut War nicht schlecht Erläuter das bitte weiter, ich spiel zu offensiv Ja Alter Wie klar pehrst du noch? Keine Ahnung Ja, das ist ne gute Voraussetzung fürs Puschen Du wusstest, dass dein Skill die Leben gut macht, ne? Mhm Die stehen ja Einer ist Tunnel Tod, beide Tunnel Das was die im Chat schreiben, da würd ich denen in dem Fall schon mal recht geben, oder? Was schreiben die denn? Kannst du das selber sehen Willst du denen da auch recht geben? Achso, ja natürlich Sind hier nicht Ah einer ist schon äh Ich push down Hab den einen Der eine ist da auch Wie immer die besten, wie immer die besten Calls, der eine ist da auch Na komm, ich habe jetzt die M4A1S genommen, um meine Mutter Schaut meine Mutter kommen sehen Ah ja Stem Schön, jetzt Nein, 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 geh nicht da rein Stefft lieber beide Seiten oder so Alter steppst du immer so S, fuck Ja Ja, klappt anscheinend Gut, wenn es euch gefallen hat, würd ich mich ultra-like um ihr Abo-ETC-Freund Paul, Wort zum Sonntag Nein, äh Er schreibt easy, perfekt easy, oder? Nicht, würd ich sagen Tschümmene